Was ist Hochzeitpunktmanagement? Lass es mir dir in 60 Sekunden erklären. Es ist eine Software zur Verwaltung des gesamten Bürogramms für Hochzeitsdienstleister. Das heißt, alle Anfragen, die über das Kontaktformular deiner Webseite kommen, landen direkt in der Software oder du fügst manuell eine neue Anfrage hinzu. Anschließend siehst du dann, ob der Termin bereits vergeben, schon angefragt oder noch verfügbar ist. Und mit wenigen Klicks kannst du dann eine E-Mail-Vorlage auswählen, das Datum und der Name des Brautpaares werden automatisch eingefügt. Du kannst noch Signaturen oder PDFs hinzufügen und schon kannst du die E-Mail losschicken. Sollte das Brautpaar buchen wollen, kannst du ihnen über Hochzeitpunktmanagement den Buchungsantrag schicken und schon ist der Termin fix reserviert für das Brautpaar. Das heißt, alle Anfragen und Buchungen verwaltest du direkt in Hochzeitpunktmanagement und das völlig einfach und schnell. Des Weiteren kannst du noch Angebote und Rechnungen hinzufügen, sodass du dir hier auch nochmal viel, viel Zeit sparst. E-Mail-Synchronisation, Kalendersynchronisation, To-Do-Listen, Erinnerungen bei Jahrestagen und vieles, vieles mehr ist natürlich selbstverständlich. Klingt das spannend für dich? Yes, das freut uns. Doch leider ist die Entwicklung der Software erst gerade gestartet. Aber in wenigen Wochen starten wir mit der Beta-Testphase und ein paar Wochen später geht es dann auch wirklich los mit der Software, sodass es für alle zugänglich ist. Wir würden uns freuen, wenn du mit am Start bist. Folge gerne Instagram und Facebook Hochzeitpunktmanagement, damit du alle Infos erhältst, damit du bei der Beta-Testphase dabei sein kannst. Und wir würden uns auch freuen, wenn du dieses Video mit allen Hochzeitsdienstleistern teilst, damit einfach jeder davon erfährt und jeder sich Zeit sparen kann und wirklich einfach kreativ sein kann. Yes, das würde uns freuen. Vielen Dank, bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.